Warte, muss ich jetzt aufstehen? Ja, klar. Juhu! Ich will euch nicht schreien. Nee, warum nicht? Sonst ist es im Entschluss. Ja, ja, jetzt ist es gerade. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie geht es? Vor Zeit? Ich entscheide uns, wenn wir sie heute mit ihren Tazen kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wie sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn einen Tag, einfach mal auf die Tazen Wir kommen nun zur Siegerehrung der Wolfgang Nummer 2, Ressur Einstimmer. Es wurde gefahren mit dem Ehrenkreis der Sandhauset-Bahn. Die Ehrung der Vorgängerinnen von unserem Riechser Hans-Ros und unserem Vorstand Herrn Kratzer. Lösung Nummer 2, Ressur Einsperrer. Erster Platz, Start Nummer 17, Anja Verena Kraus. Die Ereignisse, die Vorgänger 3, der Polizist Nummer 1. Zweiter Platz, Start Nummer 44, Claudia Weinbrecht vom Verein Schweigern mit Etzje van de Klindeling, 6. Werbner und 6,6. Röder Platz, Start Nummer 13, Kamara Reines vom Reitverein dürblichen Reitwagen in Nacky. Werbner und 6,2. Jetzt haben wir noch zwei Viertelplätze, Start Nummer 28, Marcel Rabel mit Nelle, Werbner und 6,1. Und Start Nummer 57, Karina Schütz, Nahfreunde Christenberg mit Wilkmann. Werbner und ebenso 6,1. Applaus 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 Applaus